Gilly, mach dir keine Sorgen, wenn du hier heute die Wahrheit sagst, dann wird man dir auch glauben. Das wird schon. Frau Reiner, hallo, da sind Sie ja. Wie geht's Ihnen? Sagen Sie, fit? Seelisch und moralisch jedenfalls für die Verhandlung? Ja, ich denke schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. Brauchen Sie nicht, das machen wir schon. Ja, keine Sorge. Sagen Sie, ist das der Staatsanwalt? Hat der hier das Sagen? Ja, das ist der Staatsanwalt Römer, der ist jedenfalls für unseren Fall zuständig. Ah, Gilly, ich guck mal eben, wie die Zeichen so stehen. Entschuldigung, junger Mann, darf ich? Ja, setzen Sie sich. Ist nichts gegen. Sie sehen mir so aus, wie jemand, der an übersinnliche Kräfte glaubt. Darf ich Ihnen die Zukunft deuten? Entschuldigung, Sie wollen mir die Zukunft aus der Mandarinen-Schale vorhersagen? Haben Sie irgendwas mit der Strafsache Reiner zu tun? Dann erzählen Sie mir wahrscheinlich auch noch, dass diese Mandarine meine reinkarnierte Urgroßmutter ist, oder was? Tut mir leid, verschonen Sie mich damit, ja? Die Schale können Sie gerne behalten. Ansonsten alles Gute. Frau Reiner, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung an dem Förster Benjamin Krüger. Frau Reiner, Ihr Vorname ist Angelika. Sie sind am 2. Oktober 1972 in Düsseldorf geboren und wohnen in Bierburg. Sie sind verwidmet, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich führe inzwischen die Pension von meinem verstorbenen Mann in unserem Ort. Die Anklage, Herr Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte ist davon überzeugt, dass ihr verstorbener Ehemann in einem Wildschwein namens Hermann weitergelebt hat, bis der Förster Benjamin Krüger das Tier erlegte. Darüber kam es am 30. Januar 2009 erneut zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen den beiden. Um sich zu rächen, folgte sie ihm und schlug ihn mit dem Kolben eines Dekorationsjagdgewehrs nieder. Dann band sie den Bewusstlosen zwischen zwei Bäumen fest, steckte ihm einen Apfel in den Mund, legte ihm ein Wildschweinfell über und ging. Erst eineinhalb Stunden später wurde der Förster befreit. Angelika Reiner wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung und Beleidigung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwaltschaft. Frau Reiner, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen? Ich möchte Aussagen, bitte. Ich habe ja hier ein paar Fotos noch. Die Polizei hat zu Ermittlungszwecken das nochmal nachgestellt. Und davon stammt dieses Foto oder diese Fotoserie. Haben Sie diesen Förster niedergeschlagen und wie ein erlegtes Wildschwein, möchte ich fast sagen, zur Schau gestellt? Nein, ich bin unschuldig. Ich habe keine Ahnung, warum Benni überall herum erzählt, dass ich ihn niedergeschlagen habe und ihn als Wildschwein dekoriert habe. Naja, er scheint jedenfalls überzeugt davon zu sein. Warum könnte das sein? Naja, ich gehe davon aus, dass er etwas verärgert ist, weil ich seine Liebe nicht erwidert habe. Und er hat mich auch gefragt, ob ich mir eine Beziehung mit ihm vorstellen könne. Und er hat gesagt, ich solle meinen Hermann endlich vergessen. Frau Reiner, ich bin ja einiges gewohnt und das macht ja auch die Spannung eines Strafverfahrens aus. Aber ich war doch schon ziemlich überrascht zu lesen, dass Ihr verstorbener Mann Hermann ausgerechnet in einem Wildschwein weitergelebt haben soll. Dass Sie dann natürlich Hermann genannt haben, passenderweise. Wie lange waren Sie eigentlich verheiratet, Frau Reiner? Nicht so lange, leider. Das ist ja das Unglück. Mein Hermann war ein so wunderbarer Mann. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wir haben uns im März 2007 kennengelernt und ich habe ihn gesehen und ich wusste sofort, das ist der Mann meines Lebens. Und ein Jahr später haben wir auch geheiratet und keine fünf Monate später war er tot. Er ist am 16. August 2008 gestorben. Er ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Ein Wildschwein ist ihm vor das Auto gelaufen und er wollte noch ausweichen und ist dann ins Schleudern geraten und ist dann frontal gegen einen Baum gefahren. So war er halt. Er wollte das Tier schonen. Und Sie gehen damit um, dass Sie sagen, ob nun als Ehemann oder als wiedergeborener Ehemann in einem Wildschwein keiler, Hauptsache Hermann ist da. Ja, ich weiß, das klingt vollkommen absurd und Sie halten mich bestimmt für verrückt. Aber ich weiß genau, dass die Seele von meinem Hermann in diesem Wildschwein wiedergekehrt ist. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, ich hätte Sie auch genauso für verrückt gehalten, wenn Sie mir vor ein paar Monaten gesagt hätten, dass ich irgendwann mal an Reinkarnation glauben würde. Aber ich habe es erlebt, wirklich. Aber wie kommt man, oder vor allen Dingen, wie sind Sie zur Überzeugung gekommen, dass Ihr Hermann in diesem Wildschwein weiterlebt? Ich habe Hermann gespürt. Er war da und immer, wenn dieses Wildschwein aufgetaucht ist. Wann ist dieses Wildschwein zum ersten Mal aufgetaucht bei Ihnen? Das war Mitte August, zwei Tage nach Hermanns Tod. Da stand es vor der Tür und hat sich auch nicht mehr vom Fleck bewegt. Wahrscheinlich wollte es ins Haus, aber ich habe es natürlich nicht reingelassen. Und es stand da die ganze Zeit und schnaubte. Und es war sein Blick. Und wie es den Kopf schräg gelegt hat, genauso wie mein Hermann. Haben Sie denn nicht die Fotos von den beiden? Doch. Sehen Sie denn nicht die Ähnlichkeit? Das ist doch eindeutig. Das ist mein Hermann. Und von diesem Tag an ist der Keiler auch jeden Tag zu mir gekommen. Das kann kein Zufall sein. Und Sie glauben nicht, dass es irgendwie eine näher liegende Erklärung für das Verhalten dieses Wildschweines gibt? Meineswegen. War es krank? Oder kommt es vielleicht aus einem Gehege? Streichelt so? Krank war es auf keinen Fall. Das hätte mir ja der Oberförster gesagt oder der Präparator. Und alle anderen Wildschweine sind ja auch wild. Nur dieses Wildschwein, das ist zahm. So zahm wie mein Hermann. Gut. Dann ist es natürlich extrem tragisch, dass das Schweineleben am 29.12. auf diese Art und Weise enden musste, als es abgeschossen wurde. Das ist aber völlig gerechtfertigt. Ich denke, das wissen Sie. Es gab eine sehr schwere Wildschweinplage in dieser Gegend zu dieser Zeit. Die Tiere richten großen Schaden an. Und selbstverständlich gehört es zu den Aufgaben des Forstingenieurs Benjamin Krüger, die Tiere, die überzählig sind, dann abzuschießen. Das ist der Gemeindejäger. Richtig. Und jetzt kommen wir doch mal zu Ihnen. Sie haben es doch fertiggebracht, sich das Tier sofort ausstopfen zu lassen und dann direkt über der Rezeption an Ihrer Pension aufzuhängen. Richtig. Also ich schließe daraus, Sie hängen sozusagen an beiden Hermännern bis heute extrem. Ja natürlich. Mein Hermann ist das zweite Mal in einem Jahr gestorben. Ich weiß, dass Sie mich nicht verstehen. Aber was ist denn da schlimm dran, wenn ich den Kopf von Hermann an die Wand meiner Pension hänge? Da ist zunächst mal gar nichts schlimm dran. Sie können natürlich tun und lassen, was Sie möchten, insbesondere in Ihrer eigenen Pension. Sie können auch glauben, was Sie möchten. Aber Sie müssen dann auch bitte brav in Ihrer Pension bleiben. Und Sie dürfen nicht anderen Leuten hinterherrennen, die sich vielleicht mehr oder weniger geschmackvoll lustig machen über das, was Sie uns erzählen. Das hat ja der Förster getan, oder nicht? In Worten und in Taten. Der hat sich ja mokiert über diesen Schweinekopf, der da über Ihrer Pension hängt. Der hat dem Schwein, dem Eber, sogar noch einen Apfel in den Mund gesteckt. Das hat Sie schon sehr aufgeregt. Und deshalb haben Sie sich doch auf diese symbolträchtige Art und Weise auch an ihm gerecht. Nein, das ist nicht wahr. Ja, natürlich, ich war sauer auf Benni. Ja. Erst erklärt er mir die große Liebe. Und als ich ihm sage, dass ich noch nicht bereit dazu bin, dann hat er so über Hermann hergezogen. Also wissen Sie, das hat wirklich richtig wehgetan. Frau Reiner, was erzählen Sie mir denn jetzt? Jetzt kommen wir doch bitte mal zum Tattag, dem 30. Januar. Da war ja Einweihungsfahrer bei Ihnen in der Pension. Da wurde der Förster niedergeschlagen um 22.30 Uhr mit diesem wunderschönen Dekorationsgewehr. Es ist untauglich gemacht, ist zugeschweißt. Das stammt aus Ihrer Pension. Ja. Richtig, 22.30 Uhr. Wir haben jetzt mehrere Zeugen dafür, die gesehen haben, dass sie sich um 22 Uhr sehr lautstark mit ihm gestritten haben. 22 Uhr ist er kurz danach auch aus Ihrer Pension verschwunden und Sie waren auch weg. Sie haben ihn niedergeschlagen mit diesem Ding. Dann haben Sie ihn mit Wäscheleine gefesselt und dann haben Sie ihm dieses Wildschweinfell, das jetzt nicht Ihr Mann ist, über das Gesicht gezogen, über den ganzen Körper gezogen. Dann haben Sie ihm noch einen Apfel in den Mund gesteckt und in der Lächerlichkeit preisgegeben. Das war im Übrigen auch sehr gefährlich. Der hätte ersticken können. Der war bewusstlos, während Sie das gemacht haben. Aber es ist nicht so gewesen. Ja, natürlich habe ich mich mit Benni gestritten an der Rezeption. Er war verärgert darüber, dass Hermann immer noch mein Ein und Alles ist. Und ja, dann ist er wütend weggelaufen, aber ich bin ihm nicht hinterhergerannt. Und dieses Fell und das Gewehr, das muss sich ein anderer aus der Rezeption genommen haben. Ich bin jedenfalls dann die Treppen rauf und in mein Zimmer, weil ich weinen musste. Ja, und das kann auch meine Freundin Trude bezeugen. Ja, die hat das auch bei der Polizei bestätigt. Trude Kaufmann. Da wollen wir mal sehen, ob die das auch hier noch bestätigt, was ich für ein Gefälligkeitsalibi halte, ihre beste Freundin oder ihre Freundin, wenn wir der hier mal gleich auf den Zahn fühlen. Aber Trude lügt nicht. Sie steht immer hinter mir. Sie war die Einzige, die überhaupt noch zu mir hält, weil das ganze Dorf, das hält mich doch für verrückt, die lästern hinter meinem Rücken und meiden mich wie die Pest, seit Hermann tot ist. Herr Römer, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie sich so derart auf meine Mandantin einschießen. Sie sollten vielleicht mal das Augenmerk eher auf Erika Pütz richten, die nämlich dringend tatverdächtig ist. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen, Frau Vorsitzende. Dann sagen Sie mir doch jetzt schon mal, warum keine Fingerabdrücke von Erika Pütz auf diesem Gewehr sind, allerdings Fingerabdrücke Ihrer Mandantin. Das hier hat übrigens Schuppen, wenn ich das gerade richtig sehe. Natürlich sind Fingerabdrücke auf dem Gewehr. Es ist ja auch mein Gewehr und das hängt an der Wand meiner Pension und ich putze es ja auch jeden Tag. Also ich bin es nicht gewesen, merken Sie sich das jetzt endlich. Sie stauben das ab und putzen das oder Sie tatschen es an? Man kann beides. Noch Fragen an die Angeklagten? Nein, vielen Dank. Dann beginnen wir mit dem Geschädigten. Benjamin Krüger bitte und Sie nehmen neben Ihrer Verteidigerin Platz. Herr Krüger, bitte nehmen Sie Platz. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Benjamin ist Ihr Vorname, Sie sind 28 und wohnen in Bierburg. Vom Beruf sind Sie Förster? Ja, mittlerweile ist die offizielle Bezeichnung Forstingenieur, aber Förster ist auch in Ordnung. Da kann man sich wenigstens noch was darunter vorstellen, auch wenn man sich einen Förster deutlich älter vorstellt. Aber mit 28 kann man mit der Ausbildung fertig sein. Herr Krüger, was hat Sie an diesem 30. Januar eigentlich, was hat man da gefeiert in der Pension, dass da mehr oder weniger alle aus dem Ort da waren? Na ja, also das war die Wiedereröffnung von Gelis Pension und ich muss sagen, es war eine wirklich wunderschöne Feier, weil endlich war die ganze Dorfgemeinschaft mal wieder versammelt und es war ein harmonisches, fröhliches Fest, wo alle miteinander gefeiert haben. Und auch Gehle und ich haben uns wunderbar verstanden den ganzen Abend, bis die Rede mal wieder auf das Wildschwein Hermann kam. Da musste sie mir dann hinterher gehen und mich niederschlagen. Ich meine, den ganzen Abend ging es schon wieder um Hermann, das Wildschwein und das hat mich so angenervt, dass ich auch schon um halb elf dann nach Hause gegangen bin, auch wenn ich nicht weit gekommen bin. Dann habe ich einen Schlag von hinten gespürt und dann war ich erstmal bewusstlos. Und das Erste, an das ich mich noch erinnern kann oder wieder erinnern kann, das waren dann die Kirchturmglocken, die um halb zwölf geläutet haben und dann bin ich wach geworden. Ich lag da gefesselt zwischen zwei Bäumen, hatte diesen Apfel im Mund, ja, war mit einem Wildschweinfell bedeckt. Und ich meine, ich kann von Glück sagen, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist bei diesem Anschlag, will ich fast sagen. Ich meine, ich hatte nur eine Beule, aber der Moment, in dem ich gefunden wurde, so sehr geschämt habe ich mich noch nie in meinem Leben, können Sie sich ja vorstellen. Als Förster ist es nicht gerade die richtige Haltung. Wie lange hat das gedauert, dass Sie da gelegen haben? Naja, also bei der Party war ich Gott sei Dank mal, also ausnahmsweise mal nicht der Letzte, der gegangen ist, sondern mein Freund, der Kurt, also mein Nachbar, der ist eine halbe Stunde später ungefähr nach Hause getorkelt. Und, ähm, naja, er war nicht ganz so betrunken wie sonst, ansonsten hätte er es wahrscheinlich nicht mehr geschafft, mich zu befreien. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis er erstmal verstanden hat, dass er es da nicht mit einem sprechenden Wildschwein zu tun hat, ja. Aber, äh, na gut, Geli, normalerweise, du kannst sie doch wirklich nicht mehr alle haben, oder? Ich meine, dass du den Tod deines Mannes nicht richtig verarbeitet bekommst, okay, aber den Tod eines Wildschweins, ja. Ich meine, äh, wenn, wenn es wirklich noch einen Beweis brauchte, dass du sie nicht alle stramm hast, dann, dann war es ja wohl diese Aktion, die du dir da geleistet hast. Herr Krüger, jetzt reicht's aber langsam. Sie konnten doch überhaupt nicht sehen, wer sie niedergeschlagen hat. Tatsache ist doch vielmehr gewesen, dass sie viel mehr für meine Mandantin empfunden haben. Genau das haben sie ihr nämlich an dem Abend in der Pension gesagt. Nur meine Mandantin hat sie abblitzen lassen. Und jetzt gehen sie aus gekränkter Eitelkeit hin und schieben meiner Mandantin diese Tat in die Schuhe. So einfach ist das. Na gut, ich gebe ja zu, dass ich die Geli immer schon heiß fand. Ich meine, sie sieht ja auch wirklich gut aus. Schauen Sie sich eine Geli an. Und wir haben auch oft miteinander geflirtet. Na klar, nur als dann wirklich dieser tragische Unfalltod von Hermann geschehen ist, von ihrem Mann, da war mir von vornherein klar, dass Geli eine ganze Weile braucht, um das erstmal zu verarbeiten. Und die Zeit wollte ich ihr eigentlich auch geben. Aber das hat hinterher solche Ausmaße angenommen, mit diesem Reinkarnationszeug. Ich durfte hinterher noch nichtmals mehr ihr Haus betreten, wenn das Wildschwein vor der Tür stand oder im Garten war. Hat sie ihn denn gesagt, warum? Weil Hermann es nicht ertragen kann, meinen Anblick nicht ertragen kann, wenn ich in seinem Haus bin, ja. Ein eifersüchtiges Wildschwein, sie war der festen Überzeugung, dass das Wildschwein eifersüchtig wird. Sie wollte dem Wildschwein sogar ein eigenes Gehege hinten im Garten bauen, ja. Ich meine, das ist ja wohl wirklich, wirklich krank. Und bei unserer Plage, bei unserer Wildschweinplage hilft uns das nur auch wirklich nicht weiter. Ich meine, Geli, wann verstehst du bitte endlich, dass das Wildschwein nur zu dir gekommen ist, weil du es gefüttert hast? Wildschweine werden nur mal zutraulich, wenn man ihnen was zu essen gibt. Hermann war schon da, bevor ich angefangen habe, es zu füttern. Ich weiß, dass du denkst, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe, aber du wusstest genau, wie ich für dieses Wildschwein empfinde. Und du hast nichts Besseres zu tun, als ihn eiskalt abzuknallen. Eiskalt abzuknallen, ist ja wohl nicht dein Ernst. Du weißt, was ich von Beruf bin oder was ich mache. Ich leite die Gemeindejagd, wir haben eine Wildschweinplage. Ich habe einfach nur meinen Job gemacht. Außerdem wäre dein Hermann noch am Leben, wenn wir eher damit begonnen hätten, die Wildschweine zu jagen. Was hat denn bitte schön der Tod von Hermann Rainer mit der Wildschweinplage zu tun? Können Sie mir das mal bitte erzählen? Ja, das kann ich Ihnen gerne erzählen. Und zwar, je milder die Winter sind, und wir haben jetzt zum wiederholten Male einen sehr milden Winter gehabt, die Wildschweine vermehren sich und vermehren sich. Die haben keine natürlichen Feinde. Und im Straßenverkehr gibt es dann immer wieder wirklich Schwierigkeiten und Probleme. Und Hermann ist letztendlich nur deshalb ums Leben gekommen, weil er einem Wildschwein, einem freilaufenden Wildschwein, nicht mehr ausweichen konnte. Und da gibt es mittlerweile auch bundesweite Statistiken, die das belegen, dass ein Drittel mehr Unfälle mit Wildschwein im Straßenverkehr mittlerweile festgestellt wurden. Und das war auch der Grund, warum ich als Förster überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen kann, wenn die Geli da irgendeine Liebelei mit so einem Wildschweinkeiler am Laufen hat. War das so? War das so, Herr Kröger? War das vielleicht nicht eher so, dass Sie eifersüchtig auf dieses komische Wildschwein gewesen sind? Ich meine, solange dieses Wildschwein existierte, wussten Sie genau, dass Sie an Ihren Ehemann dabei denken. Und dass Sie während dieser Zeit jedenfalls keinerlei Chance bei meiner Mandantin hatten, oder? Haben Sie das vielleicht deswegen erlegt? Das ist absoluter Quatsch. Das ist wirklich absoluter Quatsch. Erstens bin ich nicht eifersüchtig auf irgendeinen Wildschwein. Und wenn ich mal einen Korb bekomme, ist das für mich überhaupt gar kein Problem. Da kann ich sehr gut mit leben. Herr Kröger, Sie haben ja vorhin gesagt, dass der Abend so harmonisch begonnen habe. Musste er zwangsläufig beim Wildschwein Hermann enden? Ja, das musste er. Geli und ich haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden an dem Abend. Und ich empfinde wirklich viel für Sie. Und das wollte ich ihr an diesem Abend auch nochmal ausdrücklich sagen. Aber ich wollte ihr auch die Augen öffnen, weil es in meinen Augen so einfach nicht mehr weitergehen konnte. Sie hat sich da in diese Reinkarnationsgeschichte so reingesteigert. Und ich muss ja wohl keinem hier erzählen, dass das nicht die richtige Art und Weise ist, wie man den Schmerz bekämpfen kann, wenn man geliebten Menschen verloren hat, wie Geli ihren Mann. Du wolltest mir die Augen öffnen? Ach Penny, du hast dich doch die ganze Zeit über mich lustig gemacht. Du hast mich sogar provoziert. Bitte? Meinst du jetzt die Apfelaktion, Geli? Die Apfelaktion. Gerade diese Apfelaktion sollte dazu dienen, dass ich dir die Augen öffne. Ja, Frau Richterin, also an der Hotelrezeption, ja, da lag ein Apfel rum. Und dann habe ich diesen Wildschweinkopf gesehen und dann konnte ich einfach nicht anders sein. Dann habe ich den Apfel genommen und dem ausgestopften Wildschwein den Apfel ins Maul gesteckt. Und was wollten Sie mir diese Aktion bezwecken? Ich wollte Geli einfach zeigen, was man normalerweise mit geschossenen Wildschweinen macht. Man dekoriert diese Wildschweine und danach isst man sie. Man hängt sie sich nicht an die Wand, man spricht nicht mit ihnen und man streichelt sie auch nicht jeden Tag. Und dann, kurze Zeit später, finde ich mich selber genauso wie das Wildschwein wieder. Schön drapiert mit einem Apfel im Mund. Geli, du kannst mir doch sagen, was du willst. Das trägt doch ganz klar deine Handschrift. Ja, nicht zwangsläufig, Herr Kröger. Denn alle in diesem Ort wussten jedenfalls um die Trauer meiner Mandantin, um Hermann II, will ich jetzt einfach mal diesen Keiler nennen. Und der halbe Ort war anwesend, als sie diese Apfelaktion abgezogen haben. Ja, und? Ich habe überhaupt keine Probleme mit niemandem im Ort. Ach so, Alzheimer haben sie also auch, Herr Kröger, ja? Was ist denn mit Erika Pütz? Die hat doch am Mittag in dem Laden von Trude Kaufmann jedenfalls einen riesengroßen Terz veranstaltet, weil sie sich geweigert haben, ihrem Mann jedenfalls für ein paar Tage das Jagen zu überlassen. Damit er sich diese, jedenfalls einmalig ausgelobte Prämie in Höhe von 5000 Euro erschießen kann, für das zehnte von ein und demselben Jäger erlegte Wildschwein. Also bitte. Ich meine, natürlich kam es da zu einer Auseinandersetzung. Aber ich habe Erika ganz sachlich erklärt, dass ich auf ihre familiäre Problematik da überhaupt gar keine Rücksicht nehmen kann. Hallo? Das ist eine Wildschweinplage, die da bei uns im Ort besteht. Und jeder, der einen Jagdschein besitzt, ist da angehalten mitzuhelfen, dieser Wildschweinplage Herr zu werden. Dementsprechend konnte ich da auch für ihren Mann keine Ausnahme machen. Tut mir wirklich leid. Und wie hat Erika Pütz darauf reagiert? Ja, sie ist wirklich ausgerastet, hat irgendwie erzählt, ich wäre ein egoistisches Schwein. Sie ist richtig persönlich geworden in dem Moment. Und nach Aussage von Trude Kaufmann hat sie ihn doch auch richtig gedroht, richtig? Ja, Herr Hamid, er mag schon sein, dass sie Erika mir gedroht hat. Aber Sie werden Erika ja auch noch kennenlernen. Erika ist manchmal ein bisschen emotional, sie ist ein liebenswertes Original, aber sie ist einfach ein lieber Mensch. Ich traue ihr überhaupt nicht zu, dass sie mit der Tat was zu tun hat. Und zu dem Zeitpunkt war sie auch schon längst zu Hause. Das wird, als Sie losgegangen sind, das wird jedenfalls die Zeugin Busch gleich so gestalten. Genau, ja. Also das werden wir jedenfalls sehen. Zur Abwechslung gehe ich nämlich mal davon aus, dass hier ein Gefälligkeitsalibi hergegeben wird. Ja, schön, eine von beiden lügt also. Noch Fragen an den Zeugen Krüger im Moment. Erika Pütz, mal bitte. Frau Pütz, und Sie nehmen an der Seite Platz, der Zeuge bleibt unvereidigt. So, Peter, setz dich einfach mal dahin und halt mal deinen Mund. Entschuldigung, das ist mein Mann. Ja, also wenn Sie sich dafür entschuldigen wollen, dann nicht bei mir, sondern eher bei Ihrem Mann für diese Art und Weise der Vorführung. Frau Pütz, Erika ist Ihr Vorname, Sie sind 40 und wohnen in Bierburg. Und dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie. Sonst macht man sie strafbar, man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage in der Straftat bezichtigen müsste. Was sehen Sie denn vom Beruf? Ja, der Peter und ich nahmen Landwirtschaft und Fischteiche für die Besatzfische. Verwandte oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Frau Pütz, wissen Sie, dass die Verteidigung davon ausgeht, dass Sie es gewesen sind, die Benjamin Krüger niedergeschlagen mit dem Jagdgewehr hat und dann hinterher mit diesem Fell dekoriert hat, angebunden hat und ihm einen Apfel in den Mund gesteckt hat und so am Straßenrand drapiert hat. Ja, jetzt zieht es aber los. Was soll ich dann für einen Grund haben, den Benni da an zwei Bäume, als Wildschwein an zwei Bäume zu fesseln? Ja, das kann ich Ihnen ganz gerne erzählen, Frau Pütz. Sagen Sie, Sie stecken doch mit Ihrem Hof in tiefroten Zahlen, oder? Ja, klar, stimmt, dass es mit unserem Hof nicht so rosig aussieht, aber daran ist doch die Wildschweinplaren schuld. Alle Maisfelder haben sie uns kaputt gemacht. Haben Sie schon mal ein Feld gesehen, wenn da eine Horde Schweine rüberrasiert ist, da steht nichts mehr, die alten Miesviecher da. Haben Sie denn da keinen Schadensersatz für bekommen von dem Jagdpächter? Nee, wir haben eine Eigenjagd und wir bejagen unser Land auch selber. Und eine Versicherung, den Wildschäden haben wir auch nicht abgeschlossen. Also bleiben wir auf den Schaden sitzen. Natürlich hat das uns geschadet, aber wir schaffen das, ne bitte? Ja, das schaffen wir. Frau Pütz, aber an der Finanzspritze konnten Sie doch bestimmt auch seit längerer Zeit gut gebrauchen. Da traf es sich doch gut, dass der Bürgermeister jedenfalls aus Ihrem Ort 5000 Euro für denjenigen ausgelobt hat, der als erstes zehn Wildschweine erlegt, oder? Und am 30. Januar 2009, nämlich am Tag der Tat, hatte Ihr Peter jedenfalls erst sechs Wildschweine erlegt und der Förster Krüger doch fast neun, oder? Siehste, bitte, nur weil du nicht in der Lage warst, die paar Schweine da zu schießen, kann ich mir hier jetzt so was anhören. Frau Pütz, Sie haben Benjamin Krüger am 30. Januar 2009 im Laden von Trude Kaufmann gesehen. Sie haben ihn doch regelrecht angefleht, dass er so lange die Jagd sein lassen soll, bis Ihr Peter zehn Wildschweine erlegt hatte, damit Sie nur diese 5000 Euro einkassieren konnten. Und darauf hat sich Herr Krüger jedenfalls nicht eingelassen. Am Abend haben Sie sich dafür gerecht, sind hingegangen und haben ihn niedergeschlagen, ihm einen Apfel in den Mund gesteckt und wie ein Wildschwein selbst zur Schau gestellt. Frau Pütz, so ist es doch gewesen, das kann Sie hier gerne sagen. Ach Quatsch, natürlich fand ich das nicht nett, dass der Benni uns die Prämien nicht gelassen hat. Hätte ihm ja auch kein Zacken aus der Krone gebrochen. Und außerdem hast du Förster und Jagdaufseher. Hätte sowieso keinen Cent davon bekommen. Stimmt, Benni? Erika, ich habe dir hundertmal erklärt, bis wir auf deinen Peter gewartet hätten, bis der zehn Schweine erlegt hat, da wäre schon die nächste Generation von Wildschweinen schon wieder nachgewachsen gewesen. Außerdem zu dem Zeitpunkt hatte der Thomas Albersleben doch schon längst die zehn Schweine erlegt und die Prämie kassiert. Dementsprechend war es egal. Ja, ja, Benni, das weiß ich anzwischen auch. Aber ich habe dem Förster kein Haar gekrümmt. Darauf können Sie zählen. Mhm. Fest steht nur, dass Sie im Laden von Frau Kaufmann zum Herrn Krüger gesagt haben, du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Und das hat er an dem Abend doch zu spüren bekommen, oder? Wie schnell rutscht einem so einen Satz schon mal raus. Der Benni und ich, ich mache der Benni. Und ich kann dem auch nicht lange böse sein. Ich kenne ihn doch schon von klein auf. Aber und zwar alles wieder vergessen. Also vergessen war das. Wie lange kennen Sie den guten Benni schon? Ach, der Benni kenne ich schon als kleiner Panz. Wir zwei verstehen uns echt super. Immer wenn ich Reparaturarbeiten habe oder irgendetwas am Computer, ist der Benni da und hilft mir. So. Und das ist bei uns im Dorf so. Da hilft jeder jedem. Und der Einzige, der da nicht reinpasst, ist das Gehli. Und wenn einer Dreck am Stecken hat, ist das auch ein Gehli. Weil den Frauen aus der Stadt können sie sowieso nicht trauen. Schon allein, wie die sich bei uns im Dorf geschlichen haben. Wie muss ich mir das vorstellen, als Stadtmensch sich in ein Dorf einzuschleichen? Und das ist das Gehli.